Zehn Arten von Vorgastspielern, die jeder kennt. Der Noob. So, ich hab das Spiel jetzt gerade runtergeladen und tuch rein in eine neue Runde. Okay, los geht's. Ich versteh dieses Spiel nicht. Komm schon. Komm schon. Boah. Hä? Was? Hä, wo muss ich lang? Hä? Hier? Hä? Der Pro. Okay, let's go. Neue Runde. Oh, nice shot. Komm her, du Idiot, man. Ha! Hä? Was macht der da unten? Äh, okay. Joa, easy win, würde ich mal sagen. Der Afkala. Okay, Türenlauf, neue Runde. Oh, ich bin so gespannt. Ich hab richtig Lust auf Fallgeist. Schatz, kommst du bitte essen? Nein, Mama, ich kann jetzt nicht. Nein, jetzt, das Essen wird bald. Ja, ich komm schon. Ja, da bin ich wieder. Was hab ich ver... Ja, ich bin so gespannt. Ja, ich bin so gespannt. Ja, der Grabber. Ja, ich bin so gespannt. Ja, ich bin so gespannt. machen, Minion. Siehste, easy goldener Reifen. Ja, wieder mal wegen mir gewonnen, natürlich. Der Hecht. Der Carrier. Der hat nicht mal einen Skin. Boah, Junge, warum habe ich denn schon wieder so einen Noob als Maid, ey. Gut, da muss ich wohl wieder rein-scan. Ja, easy win, würde ich mal sagen. Der, der sich carryen lässt. Der Season 1er. Ey, was ist denn mit Fall Guys passiert? Warum ist das alles so komisch gezoomt? Warum sind das, ist das Menü ganz anders? Hä? Was zum Teufel ist das denn? Hä? Was ist das denn? Wipfelwirrwarr? Was ist das hier alles? Was? Wie sieht das denn aus? Wo ist der Arzt der VW 1. Season? Das ist so komisch. Ich will die alten Level zurückhaben. Was ist das? Was ist das? Die Streamerin. Hallo, mein Lieben, bekommst du eine neue Folge des Fall Guys. Ey, Finger weg, Finger weg. Und der Simp. Vielen Dank an du schaffst mit sie für die Ehrenspende. Dafür darfst du natürlich mitspielen.